Kennst du das Gefühl, wenn eine Aktie steigt, alle verdienen damit Geld und es gibt die tollsten Analysen, die Aktie ist so zukunftssicher, total unterbewertet, es geht nur noch nach oben und du investierst dann und dann geht es nach unten. Ich bin mir sicher, du hattest schon so eine Situation und das ist nämlich zum Anlass, dass wir mal darüber sprechen, was du wirklich machen solltest, um langfristig gut zu investieren. Dieses Gefühl, was ich hier gerade angesprochen habe, hat auch einen Namen, nämlich abgekürzt mit FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst etwas zu verpassen und das ist leider in unserer menschlichen Natur irgendwo eingepreist richtig, richtig eingeprägt. Man hat also Angst, dass man den Zug verpasst und deswegen muss man auch irgendwann auf den Zug, auch wenn er schon schnell fährt, muss man irgendwann aufspringen. Aber dann passiert genau eben oftmals das, dass man einfach zu spät dran war und das Ganze schon wieder nach unten geht. Man steigt aus und danach geht es wieder nach oben und steigt dann wieder ein und dann geht es wieder nach unten. Also genau so zyklisch handelt man oftmals mit Emotionen, dass man halt immer zu spät dran ist und immer eben ins Fettnäpfchen tritt. Wie kannst du das verhindern? Wie kannst du deinen Börsenhandel, deine Investmentstrategie so formen, dass du wirklich kontinuierlich erfolgreich bist? Und genau das machen wir auch in der Ausbildung bei uns. Darauf möchte ich nicht zu sprechen kommen. Ich möchte dir den Tipp geben, wie du das Ganze besser machen kannst. Und ich möchte darauf zu sprechen kommen, wie so ein normaler Privatanlegerzyklus normalerweise aussieht. Und zwar ist es so, dass wenn die Börse anfängt zu steigen nach einem Crash, nach einem Crash, da sind die meisten Leute so immer gepolt, dass sie sagen, boah, die Börse, das ist nichts, man verliert dann nur Geld, es geht nur nach unten und so weiter. Das heißt, erstmal ist viel Skepsis da bei Privatanlegern. Man will mit der Börse nichts mehr zu tun haben, alles Teufelszeug. Jetzt steigt die Börse wieder monatelang, vielleicht sogar jahrelang und irgendwann kommt wieder ins Gespräch, dass es ja eigentlich eine ganz gute, solide Anlageform ist. Schließlich sieht man ja, es geht hier nach oben seit Monaten. Man schaut sich das vielleicht wieder an, hat aber noch schlechte Erfahrungen im Hinterkopf. Das ist ja eigentlich, der Vater hat vielleicht gesagt und die Mutter, die damals was gemacht hat an der Börse oder wie auch immer, oder vielleicht sogar selber, das Ganze ist so keine gute Idee mit der Börse. Gut, okay, jetzt steigt die Börse weiter. Auf einmal hat der Nachbar investiert, der hat auch schon Geld verdient und es geht noch weiter nach oben, die Kumpels auch und die Freunde, Bekannten, vielleicht der eigene Sohn oder die Schwester oder wie auch immer, ja, alle verdienen schon wieder Geld an der Börse und jetzt musst du doch auch mal wieder zugreifen. Der Privatanleger geht also mal wieder langsam rein in die Börse und freut sich auf einmal, denn es geht weiter nach oben. Weitere 10 oder 20 Prozent geht es nach oben, man wird weiter nach oben getragen und jawohl, stimmt ja, damals gut, das war eine schlechte Erfahrung, aber das Ganze funktioniert ja wirklich nachhaltig, sehr, sehr gut. Also ich investiere noch mehr, denn es geht ja nur nach oben und ich werde bestätigt, es geht noch weiter nach oben, ja. Also spätestens jetzt ist es Zeit, hier alles reinzuhauen, denn Börse ist eine Einbahnstraße. So und meistens sind das die Momente, wenn eben jeder, jeder Privatanleger wirklich auf die Börse strömt und teilweise mit einem Hebel investiert, das heißt mehr auch manchmal setzt, als er letztendlich als Kapital hat, der Investor, der Privatinvestor, dass das die Momente sind, die besonders kritisch sind. Das haben wir auch lange Phase in 2021 gehabt, wo die Börse irrational weit hoch gelaufen ist und letztendlich, ja, Ende 2021 und auch in 2022 diese Anleger dann arg enttäuscht worden sind, denn dann passiert dir eben das, dass die Börse wieder nach unten geht, genau dann, wenn du wieder mit voller Munition angetreten bist, wenn du wieder voll drin bist. Es geht also nach unten und am Anfang, ja, um bei diesem Zyklus zu bleiben, am Anfang sagst du dir noch, ach ja, kein Problem, die ersten 5 oder 10 Prozent ist doch eine gute Nachkaufgelegenheit. Wir wissen ja, wir sollten Korrekturen nutzen und crashen und so weiter. Ich bleibe cool, ich bin langfristiger Investor, bei 10 Prozent nachgekauft. Jetzt geht es noch weiter nach unten, auf einmal sind wir bei 15 oder 20 Prozent im Minus. Ah, fühlt sich schon nicht mehr so gut an, schließlich hast du schon einige Hundert oder Tausende Euro oder Zehntausende Euros verloren durch diesen kleinen Drawdown. Aber wir wissen ja, es geht langfristig nach oben. Also der Privatanleger gibt nochmal Gas, nutzt die Korrektur, vollkommen richtig. Jetzt geht es aber leider noch weiter nach unten und irgendwann hört es dann auf, ja. Irgendwann ist gut des Ganzen, ja, die Emotionalität, die überwiegt irgendwann und die Sachlichkeit, die Rationalität, die wird besiegt, komplett überschattet durch eben diese emotionale Komponente. So, und dann sind es eben 30, 40 oder 50 Prozent in einem normalen Crash am Aktienmarkt, der nun mal alle paar Jahre vorkommt. Und die meisten Privatanleger halten das dann nicht mehr aus, ja. Sie verkaufen die Aktien, sagen, verdammt, das stimmte doch damals, es ist wirklich alles Schrott. Ja, die Aktien, die fallen und fallen und fallen. Sie werden auch noch weiter fallen, denn wir haben die größte wirtschaftliche Katastrophe wahrscheinlich gerade vorliegen. Ja, und deswegen muss ich mich jetzt von den Aktien verabschieden. Und ganz ehrlich, Börse ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Teufelszeug, ja, so wie damals mit der Telekom-Aktie. Wir verurteilen das Ganze und wir gehen raus aus diesem Markt. Und genau das ist oftmals der Wendepunkt in einem Crash, in einer Korrektur. Wenn das passiert, das ist tatsächlich für mich ein Kaufsignal, man kann das auch anhand von Umfragen tatsächlich sehen, dass man zu diesem Zeitpunkt eigentlich die besten Kaufkurse hatte. Dann, wenn eben emotional die Lage sehr, sehr schwer ist zu beurteilen und das eben rational nicht mehr so gut möglich ist, ja, zumindest für die meisten Privatanleger. Genau dann ist eigentlich der beste Einstiegspunkt. Und dann sind wir mit diesem Zyklus fertig. Dann kommt irgendwann wieder das, dass die Börse steigt und der Privatanleger doch sagt, okay, scheint der doch zu funktionieren, ich gehe mal wieder rein. Mit anderen Worten, wenn du so den Markt heilen willst, wirst du wahrscheinlich Verluste machen statt Gewinne. Oder vielleicht eine Plus-Minus-Null-Nummer daraus zaubern. Ja, bringt aber alles nichts, denn wir wollen für unseren Aufwand ja belohnt werden. Diesen Zyklus, den ich dir gerade gezeigt habe, bitte merke dir den, ja, und stelle dich darauf ein. Versetze dich in die Lage, auch emotional, wenn es so weit nach unten geht. Was machst du dann? Und ich frage dich, hast du dafür einen Plan? Es ist ganz, ganz wichtig, einen Plan zu haben, diesen aufzustellen. Und wenn die Situation da ist, egal welche Situation, ob die Börse da stehen bleibt, wo sie ist, ob die Aktien steigen oder ob sie fallen, dass du diesen Plan dann, der gut aufgestellt worden ist, in die Tat umsetzt. Denn nur so, wenn du diesen Plan hast, wenn du eine klare Strategie verfolgst, wirst du die emotionale Komponente möglichst klein halten können in solchen Situationen und so dich aufstellen, dass du rational handeln kannst in diesen Situationen. Und glaube mir, das sind die Situationen, wo du am meisten Geld verdienen kannst an der Börse. Wenn du jetzt sogar noch weiter gehst mit deinem Know-how, kannst du dich sogar noch absichern gegen solche Szenarien. Du erkennst, wann du investieren solltest und wann nicht. Dass du eben nicht so zyklisch wie der normale Privatanleger handelst, sondern eben antizyklisch, genau dann, wenn es sich lohnt, genau dann, wenn Aktien unterbewertet sind, dass du das erkennst langfristig. Und genau dafür haben wir unsere Börsenausbildung. Ich bringe anderen Menschen, und zwar egal mit welcher Voraussetzung, ob bei null oder bereits schon viele Jahre Börsenerfahrung, bringe ich ein richtiges System bei, nach dem man handeln kann, mit dem man zweistellige Renditen pro Jahr generieren kann. Wenn du dich jetzt auch richtig aufstellen möchtest, dass du langfristig Erfolg hast und nicht nur in wenigen Monaten, dann lade ich dich herzlich ein, dass du bei uns einfach mal ein Erstgespräch nimmst, dass wir schauen, wo stehst du aktuell, wo willst du hin, können wir dich dort überhaupt begleiten auf diesem Weg. Macht das Ganze Sinn, dass wir hier vielleicht zusammenarbeiten? Und dann wollen wir doch schauen, dass wir dich zu einem erfolgreichen Börseninvestor aufstellen, der eben 10 bis 20 Prozent Rendite pro Jahr generiert. Konstant, mit Sicherheit und ohne Angst zu haben, Geld wieder zu verlieren. Genau das ist das, was wir machen und ich freue mich gerne auf deine Anfrage. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg, dein Sebastian Legrand.